Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende und die Frontblende. Entfernen. Schieben Sie die obere Blende zum Entfernen mit minimalem Kraftaufwand von der Rückseite der Einheit nach vorne. Heben Sie die obere Blende an und entfernen Sie sie. Ersetzen. Platzieren Sie die obere Blende oben am Gehäuse, wobei die Vorderkante etwas nach vorne gerichtet ist. Drücken Sie die obere Blende mit minimalem Kraftaufwand nach hinten, bis die Haltelaschen einrasten.